Das muss also tatsächlich mit dem Gleichheitsfaktor von 1 geladen werden können. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Wenn ich da so eine unbewirtschafteten Rastplätze an Autobahnen bevorzuge, ist es nicht immer transparent, wie das jetzt funktionieren soll. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian und ich möchte euch heute das Konzept zur Ausschreibung von 1000 Schnellladestationen auf der Grundlage des Schnellladegesetzes der Bundesregierung vorstellen. Ganz frisch vorgestellt worden, ganz frisch auf dem Markt und hier schon bei uns auf dem Kanal. Es geht Schlag auf Schlag im Bereich der Elektromobilität, im Bereich Umbau unseres Verkehrswesens, Antrieb, Verkehrswende, Energiewende. Und hier ist sozusagen der nächste Schuss in Richtung Verbrenner. Denn es geht natürlich hier um den Aufbau eines leistungsfähigen, zukunftsorientierten und vor allem zukunftsfähigen Schnellladenetzes in Deutschland. Und da gucken wir jetzt mal rein. Und zwar hat dieses Konzept so ein schönes Logo hier, Deutschlandnetz. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. So wird in Zukunft dieses Schnellladenetz sinnbildlich gekennzeichnet werden. Ich finde dieses Logo jetzt ein bisschen einfallslos, aber vielleicht einfach mal für euch, damit wir uns das alle mal einprägen können. Ich will mich auch jetzt gar nicht lange aufhalten mit dem ganzen Vorgeplänkel in diesem Konzeptpapier, was es hier gibt. Sondern ich will euch das vorstellen, was für uns als Nutzerinnen und Nutzer wirklich wichtig ist. Das heißt, wir gehen in diesen ganzen Bereich der Methodik und Kriterien reich. Wie will man das erreichen, dass es in Deutschland endlich ein flächendeckendes Netz gibt? Und jetzt geht es auch sofort los. Okay, im Punkt 4, Methodik und Kriterien, wird nochmal das dargestellt, was ihr in der Presse schon gelesen habt. Nämlich es wird angestrebt, dass man innerhalb von Deutschland innerhalb von 10 Minuten einen Schnellladepunkt erreichen kann. Und damit sind jetzt natürlich nicht nur die Schnellladepunkte gemeint, die jetzt hier zusätzlich dazukommen, sondern auch die, die es schon gibt und natürlich auch sicherlich in Zukunft ausgebaut werden. Die Entfernung in Kilometern hängt dann davon ab, ob man sich in der Stadt, auf der Landstraße oder auf der Autobahn befindet. Aber insgesamt innerhalb von 10 Kilometern soll man einen Schnellladepunkt, innerhalb von 10 Minuten, Entschuldigung, soll man einen Schnellladepunkt erreichen können. Das wäre ja schon mal eigentlich ganz okay. Der Aufbau wird also an verschiedenen Standorten stattfinden. Entlang der Bundesautobahn sollen hierfür die euch sicherlich bekannten unbewirtschafteten Parkplätze herangezogen werden. Dafür sind ungefähr 200 Standorte vorgesehen. Und ja, ihr kennt natürlich alle diese Standorte, wo man nur mal rausfährt, weil man was picknicken möchte oder auf die Toilette gehen möchte, an dem man aber eben nicht einen Shop hat, an dem man auch keine Tankstelle hat. Das ist sozusagen der Fokus bei den Standorten, die an der Bundesautobahn hier im Rahmen dieses Programms entstehen sollen. Ganz interessant und hier schon mein erstes Ausrufezeichen. Hier hat man anscheinend wirklich mal ein bisschen nachgedacht. Wie denn sich die Ladezeit innerhalb einer Reise entlang der Autobahn optimieren lässt und hat tatsächlich mal anscheinend mit Leuten gesprochen, die sich damit auskennen. Und dann wird allen klar, eigentlich ist es besonders sinnvoll, mit möglichst niedrigen Ladeständen zu fahren. Denn dann erhöht sich die Ladeleistung und kann auch über einen längeren Zeitraum entsprechend gehalten werden, was dann insgesamt die Ladezeit verkürzt und die Fahrzeit entsprechend auch minimiert. Also daran will man sich orientieren. Und das Ziel ist es also jetzt hier innerhalb von 10 Minuten solche Schnellladestationen erreichbar zu machen. Das bedeutet dann, je nachdem wie gesagt, wo man sich befindet, in einem Abstand von etwa 15 bis 30 Kilometern. Hier mal so ein Blick auf mögliche Standorte, die in Deutschland jetzt erschlossen werden. Das wären dann sozusagen die türkisfarbenen oder magentafarbenen Standorte. Die anderen Standorte sind halt Autohöfe oder bewirtschaftete Rastanlagen, die jetzt nicht neu dazukommen, sondern das sind die, die es schon gibt und wo es eventuell auch schon Ladeinfrastruktur gibt. Aber die, was hier jetzt in Magenta gekennzeichnet ist, das wären dann neue mögliche Standorte. Also hier nochmal der Abstand von ungefähr 10 Minuten, 15 bis 30 Kilometer soll diese Verfügbarkeit dann realisiert sein, wenn das fertig gesammelt wird. Insgesamt werden in Siedlungsräumen, wir machen also jetzt den Switch zu den Siedlungsräumen, 900 Standorte gefunden werden und die Hälfte davon soll sich im ländlichen Raum befinden. Hier ist dann auch mal ausgeführt, dass man das RegioStar 17 Programm nimmt, um sozusagen den Siedlungsraum zu analysieren und die besten Standorte herauszufinden. Hier ist vor allem der Faktor Versorgungseigenschaft und Versorgungssicherheit hervorzuheben. Standorte, die also eine hohe Versorgungseigenschaft bieten, die werden bevorzugt bei der Auswahl von Standorten in Siedlungsräumen. Hier mal so ein Beispiel dann, wie man das macht. Man findet also einen sogenannten Suchraum. Man sieht hier an dem Beispiel, dass wir hier also so Verkehrsachsen haben, die sich treffen. Und dann geht man hin und macht so ein zweistufiges System. Das ist dann hier unten nochmal beschrieben. Man guckt nämlich erst mal innerhalb von zwei Kilometern innerhalb des Zentrums dieses Suchraumes, ob man dort einen geeigneten Standort findet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erweitert man diesen Suchraum auf etwa zehn Kilometer. Also so geht man an die Geschichte heran. Erst mal analysieren, wo könnte das sein. Sich das dann im Detail angucken. Und falls es eben innerhalb eines kurzen Radius nicht funktioniert, dann muss man diesen Radius, um den optimalen Standort zu finden, sicherlich vergrößern. Und so ein optimaler Standort mal als Beispiel Anschluss an das Stromnetz, an das Mittelspannungsnetz, wäre dann hier sicherlich so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Gehen wir weiter. Ja, das fand ich ja interessant. Also die Standortgrößen, da hat man sich so ein bisschen an Kleidungsgrößen orientiert, mit den Bezeichnungen S, M, L und XL. Es wird also Standorte geben, die mit vier, acht, zwölf oder sechzehn Ladepunkten starten. Das Ganze soll natürlich möglichst skalierbar ausgeführt werden. Das habe ich hier auch mal in blau dargestellt, sodass also Ladepunkte schrittweise erweitert werden können, was allerdings nicht überall immer möglich sein wird. Und natürlich ist das Verkehrsaufkommen am Standort dann entscheidend, ob man einen S, M, L oder XL Standort dann daraus macht. Jetzt muss man sich natürlich fragen, angesichts der Tatsache, dass einige Hersteller hier schon Lade-, Schnellladeports und Hubs bauen, mit teilweise 40, 50 Schnellladepunkten, ob ein Ladepunkt mit 16 Punkten überhaupt zukunftsgerecht ist. Aber wie gesagt, hier ist was von der Skalierung drin, eine recht kurze Abstände von einem zum nächsten Standort. Also ja, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen aus meiner Sicht. Vielleicht hätte man mit acht anfangen müssen und hätte bei XL vielleicht auch schon ruhig aus mal eine Zahl mit 30 nennen können. Aber wir werden sehen und hoffen, dass die Skalierung funktioniert. Das Standort-Tool, was wir euch auch schon mal vorgestellt haben, kommt hier zum Einsatz, um hauptsächliche Standorte zu identifizieren. Ihr könnt ja selber mal reingucken, www.standort-tool.de und dann checkt ihr einfach mal, was so bei euch dabei rauskäme. Okay, ja, dann natürlich, das haben wir ja auch schon mal gesagt und das konnte man auch schon lesen, wird natürlich der Bestand, der bereits bestehende Bestand einer Schnellladeinfrastruktur mit berücksichtigt. Das ist völlig klar. Es macht jetzt keinen Sinn, einen Standort direkt neben dem anderen zu bauen. Und zwar berücksichtigt werden Standorte, die bisher schon 150 kW Ladeleistung zur Verfügung stellen. Man geht auch hin und schaut sich an, wie ist denn die Planung oder wie ist die theoretische Planung an diesen vorhandenen Standorten. Und wenn man weiß, ja, da wird sich das wahrscheinlich sowieso verdoppeln, dann wird man einen neuen Standort suchen, der dann entsprechend davon entfernt ist. Genau, ja, und wie gesagt, alles zusammen soll eben diesen 10 km Abstand ermöglichen, jetzt mal in Bezug auf die Bundesautobahn. So, und jetzt etwas, was sicherlich für euch ganz viele und natürlich auch für mich und für uns alle irgendwie ganz wichtig ist. Wie ist das mit den Preisen? Wir haben es ja auch schon mal versucht, mit dem Johannes zu besprechen. Da hat er sich noch so ein bisschen bedeckt gehalten. Das ist auch nicht so ganz einfach. Ich habe hier mal die wichtigsten Dinge gelb markiert. Also erstmal wird ausgeführt, dass das bisherige Preismodell natürlich zu einer starken Verunsicherung führt. Bei den Nutzerinnen und Nutzern ist es nicht immer transparent. Zum Beispiel auch, weil es überall unterschiedliche Preise gibt, weil es Preisunterschiede gibt zwischen dem vertragsbasierten und dem Ad-Hoc-Laden. Das alles soll ein bisschen jetzt optimiert werden. Man will also auf jeden Fall für Preistransparenz sorgen. Man möchte auch dafür sorgen und sicherstellen, dass alle Betreiber den gleichen Business-to-Business-Strompreis bekommen. Und vor allem, dass das Ad-Hoc-Laden gegenüber dem vertragsbasierten Laden nicht weiter benachteiligt wird. Hier steht, künstlich verteuert wird. Das ist auch etwas, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, außer eben mit Marketinggründen. Warum ist ein Ladevorgang, den ich Ad-Hoc starke, muss der, in Anführungszeichen, muss der denn teurer sein als einer vertragsbasiert? Der Strom ist der gleiche. Das läuft alles genau gleich ab. Also das Handeln mit Daten soll hier ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden. Und wir wollen mal hoffen, dass in Zukunft Ad-Hoc-Laden man genauso einfach und beziehungsweise genauso günstig oder genauso teuer, weiß ich jetzt gar nicht, was ich da sagen soll, also nicht mehr kostet als vertragsbasiertes Laden. Mal gucken, was sich die MSPs dabei ausdenken werden. Ja, es soll verhindert werden, dass überhöhte Preise den Umstieg auf elektrische Pkw verhindern. Aha, aha, aha. Jetzt ist natürlich hier nicht weiter ausgeführt, was mit überhöhten Preisen gemeint ist. Aber ich glaube, alles, was so über 60, 70 Cent pro Kilowattstunde geht, kann man schon getrost als überhöhten Preis bezeichnen, der die Leute davon abhält. Man muss ja hier auch sehen, ob so ein Preis kostendeckend ist, ist die eine Geschichte. Aber ob das die Leute dann dazu bringt, vom Verbrenner aufs Elektroauto umzusteigen, ist die andere Sache. Letztlich steht ja dahinter, die CO2-Emissionen runterzubringen. Und möglicherweise werden Strompreise hier auch tatsächlich subventioniert werden müssen. Das Strompreismodell ist auch ein Teil der Ausschreibung. Und interessant ist, dass auf jeden Fall ein Sockelbetrag berechnet wird, der dann überall gleich ist. Und dann kommt sozusagen, gibt es noch eine flexible Obergrenze. Das wird dann so ein bisschen der Marktanteil werden. Also sprich, wie viel kann ich nehmen? Was gibt der Markt her? Wie sieht die Konkurrenzsituation aus? Und da der Bund einen Großteil des Betriebsrisikos übernimmt, dieser neuen Station, wird ein Teil davon an den Bund zurückgeführt. Okay, wir dürfen gespannt sein, was letztlich an Preisen dabei aufgerufen wird. Und mein Tipp ist, es wird irgendwo zwischen 59 und 69 Cent liegen. Ich hoffe natürlich niedriger und ich hoffe auf gar keinen Fall höher. Die Nutzerfreundlichkeit steht hier im Vordergrund. Die neue Schnellladeinfrastruktur muss, das habe ich hier auch wieder markiert, digital, also wahrscheinlich via App und auch physisch, sprich durch Beschilderung, leicht auffindbar sein. Hoffentlich sind die Zeiten, in denen die Schnellladesäulen am Rasthof irgendwo ganz hinten in der Ecke zwischen den Lastwagen stehen dann mal vorbei. Belegungsstatus soll natürlich abrufbar sein, das ist völlig klar. Einwandfreie Beschilderung, einwandfreie Beleuchtung der Standorte wird natürlich auch verlangt. Nutzerfreundlichkeit steht, das steht extra hier, ist maßgeblich für den technischen und baulichen Aufbau dieser Anlagen. Technische Mindestanforderungen sind auch relativ schnell erklärt. Hier wird verlangt, dass schon bei 400 Volt 150 kW geladen werden können. Und das auf einem, kommen wir gleich zu, steht nämlich mal hier unten, ich ziehe das mal kurz vor, und zwar an jedem Ladepunkt, also ein Downgrading der Ladegeschwindigkeit, wenn die anderen Ladepunkte besetzt sind, darf nicht stattfinden. Das muss also tatsächlich mit dem Gleichheitsfaktor von 1 geladen werden können. Das heißt, an allen Standorten, an allen Ladesäulen, an allen Ladepunkten muss immer stets die volle Leistung abgegeben werden können, was natürlich einen entsprechenden Anschluss ans Mittelspannungsnetz oder den zusätzlichen Einbau von Pufferspeichern voraussetzt. Dann, ich gehe mal nochmal ein Stückchen zurück, gut ablesbares Display unter allen Bedingungen, Ladepreise, Lademenge, das muss alles angezeigt werden und als Sprachen müssen mindestens Deutsch und Englisch zur Verfügung stehen. Ja, ob das dann reicht, weiß ich nicht, gerade für Durchreisende aus anderen Ländern. Aber ich denke mal, es ist ja eine reine Softwaregeschichte, da auch noch andere Sprachen mit einzubauen. Genau, und dann jetzt hier noch bei dem Punkt 4.6.3, das war die Geschichte mit der Gleichzeitigkeit, wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es durchaus Vorverkabelung und das Verlegen von Leerrohren mit berücksichtigt werden soll, um später die Ladeleistung dort entsprechend auch noch erhöhen zu können. Bauliche Mindestanforderungen, hier lese ich das erste Mal was von einem Dach, sofern möglich oder rechtlich zulässig, soll also ein Dach entsprechend erstellt werden. Der Aufenthalt soll angenehm sein, es sollen auch möglichst Toiletten und Sanitärbereiche zu erreichen sein und die Nähe zu gastronomischen Einrichtungen wird positiv bewertet. Wie das jetzt funktionieren soll, wenn ich da so eine unbewirtschafteten Rastplätze an Autobahnen bevorzuge, erschließt sich mir nicht so ganz. Also deswegen nennt sich das ja unbewirtschafteter Rastplatz. Wenn da schon Toilette ist, dann ist das schon gut, wie man jetzt hier gastronomische Einrichtungen zumindest an den Autobahnstandorten bewerten soll, die da ja gar nicht sind, erschließt sich mir nicht, aber das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Umweltverträglichkeit, völlig klar ist, die Ladesäulen sollen bilanziell mit Ökostrom versorgt werden. Schade, dass man hier nicht gesagt hat, womöglich sollen auch Solardächer errichtet werden. Das finde ich natürlich sehr, sehr schade. Hier steht auch nochmal, vielleicht mal ganz detailliert, der Strom zum Betrieb des Standortes und der Ladeeinrichtungen stammt aus erneuerbaren Energien. Und ich bin jetzt kein Jurist. Für mich liest sich das so, dass generatorbetriebene Ladestationen damit ausscheiden. Denn hier steht ganz eindeutig, der Strom zum Betrieb und der Ladeeinrichtungen. Jetzt ist natürlich die Frage, der Betrieb einer Ladeeinrichtung, ja, also ich denke, für mich bedeutet das, dass diese generatorbetriebenen Stationen, wie zum Beispiel von ME Energy, dann hier ausscheiden. Es geht weiter, die installierten Ladesysteme sollen möglichst energieeffizient sein. Standby-Modus soll natürlich extrem niedrig sein. Andere negative Auswirkungen auf die Umwelt sollen möglichst reduziert werden und die Bodenversiegelung auf ein minimal mögliches Maß beschränkt werden. Finde ich gut. Also hoffentlich keine Schottergärten rund um die Ladestationen. Und das war es dann auch schon. Sind wir auf Seite 17 angekommen. Soweit also mein Blick für euch, gemeinsam mit euch. Ihr könnt ja also fleißig jetzt die Kommentarfunktion nutzen, um mal reinzuschreiben, was haltet ihr von diesem Konzept, wo seht ihr Stärken, wo seht ihr aber auch Schwächen. Für mich ist immer noch eben der größte Punkt die Geschichte mit dem Preis. Das ist irgendwie so eine Sache, die mir irgendwie am meisten Sorgen macht, weil das ist eigentlich genau das, was im Moment die Ausweitung, den Hochlauf der E-Mobilität vielleicht dann doch am meisten hemmt, wenn die Leute einfach sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich da später mal bezahlen soll, wenn ich mir so ein Auto kaufe. Nachher kostet mich die Kilowattstunde einen Euro oder so. Also wollen wir mal gucken. Also wir werden das weiterhin kritisch betrachten. Ich rolle jetzt hier nochmal nach oben, zeige euch nochmal dieses schöne Logo und an der Stelle sage ich Tschüss, schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir würden uns freuen, wie immer, wenn ihr ein Abo da lasst. Auch ein Daumen nach oben wäre super für den Algorithmus von Google. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, wunderbar. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Schreibt aber bitte rein, was ihr nicht gut fandet. Und ansonsten bin ich an der Stelle raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.